Liebe Ultu-Freunde, wo ist der Bauhaus heute? Zürich, Swiss-Motto. Es ist jetzt halb zehn. Der Bauhaus ist eine halbe Stunde zu früh. Geht jetzt um zehn Uhr auf, müssen wir sofort einen Kaffee trinken. Kleiner Stau von dem Eingang. Wir müssen immer nach zehn Minuten warten, bis es geöffnet wird. Probe sitzen auf der Bukatti. Bukatti. Na, 29. Der Bauhaus ist nach der Bukatti. Die Bauhaus. Die Bauhaus. Die Bauhaus. Ja, das war. Das war die Bouffin. Ja, liebe Freunde, hier am Motto-Scout-Stand, hier habe ich zwei Eintritte gewonnen, ich konnte gratis an die SwissMotto dank Motto-Scout. Ja, man sieht es hinter mir, der ganze Motto-Scout-Stand ist mit Paletten gemacht. Ein Bier für den Bauerhausing. Trost, liebe YouTube-Gemeinde. So, jetzt gibt es noch ein Bier, ein Irish Guinness Bier. Und es hat uns fast vom Hocker gehauen. Zwei Bier kosten 19 Schweizer Bracken. Na dann, Prost, Simon, Prost! Aber schmeckt halt schon ganz verreckt. Ja, liebe Freunde, ich bekomme hier von Simbra Money Bank ein Espresso serviert. Ich schaue hier mal, wie ich hier mein nächstes Motorrad finanzieren könnte. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Haha. Ja, gut. Ja, gut. Der Schnellstechnik-Motorrad der Welt Der Schnellstechnik-Motorrad von Rocky Robinson Ein Kilometer befliegt beim Start 605 Stundenkilometer Er hat geschafft Der Fußgänger findet mehr aus Der Fahrtlosen Der Fahrbahn Sammels Über den Fahrbahn Sammels Der Fahrbahn Sammels Der Fahrbahn Sammels Da war die Reise, glaube ich. Wir sind wieder auf. Und jetzt haben wir die Ferne. Ja, lebe, unsere Freunde! Wir brauchen auch hier! Tastes like a rain Ja, liebe Jutta-Freunde, jetzt sind wir im Grisli-Salon. Da gibt es gute Sperr-Ribs. Aber es ist noch zu früh für uns. Es ist erst halb sechs. Wir müssen zuerst noch ein Bier trinken. Du wärst Soße-Methode? Soße-Dum wählen, Barbecue-Soße. So, liebe Jutta-Freunde, die Sperr-Ribs aus den Smokern waren sehr gut. Jawohl, jetzt gibt es noch einen Gluck Wein. Vor der Heimfahrt, Zürich Alpano, noch schnell ein Café. Und ein Stück Kuchen. Gell? Ich denke, ich habe es noch musikiert. Simon braucht noch schnell ein Trinken. Und er ist noch braunis. Ich will anfangen, es ist gleich noch Fasnacht. Du hörst es im Hintergrund. Ich will Guckenmusik. Es war noch immer noch ein Trinken.